herzlichen willkommen leute und heute machen wir ein neues video fortnite ja meine schwester und das ist noch dabei hallo hallo und ja leute wir haben schon seit drei vier wochen kein video gemacht leute wir haben ja ferien ist halt so also heute machen wir noch ein neues video vielleicht kommt morgen noch ein wettbewerb ist schon seit vier sechs fünf tagen wettbewerb ist seit fünf sechs tagen schon da leute ja leute und bitte für dieses video ungefähr zehn likes dann damit wir noch mehrere fahrrad videos machen so meine schwester spiel und freie schreibt auch in die kommentare haste direkt selbst viel player damit ihr auch begrüßt werden wird leute meine schwester ist nicht so gut also kein profi leute da ist ein statue statue mit einem bart alles klar leute zwei truhen am start und freunde bitte instagram folgen oben links eingeblendet leute 200 leben ist da aber holz leute wir gehen jetzt richtung das die die wort also mein gut geht grad da ist ein gegner auch um ja always alles Oh 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 Der war so gut Oh 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 Der war so gut Wua Wua Hier ist Noob oder? Nein Noob Leute Leute Sag schöne Grüße an Noob Nein das ist die Sportfrau War das Noob? Ich dachte Noob oooh Das ist der Arme Der Arme alter Der Arme Tut mir so leid Warum spielst du halt Fortnite Wenn du so schlecht spielst Der Arme So gut Der Arme Hat ein Dankeschön Wer ein Blut bei dir grad Gut Wie gesehen Der Arme ey Tut mir so leid Er versteckt dich einfach Wie sieht der mich niemals Nö So Leute Die Runde ist Ist Nicht so lecker Aber Ist lecker Ist lecker Mein Bruder Mein Bruder redet Wie ein Papagei Mir nach Irgendwie Aber Sieg Sieg Ich weiss nicht Ich weiss nicht von wo der geschossen hat Ja Erstmal Baum Weg 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 So Als ob Wo bist du Hier Hier Fang Der hatte da Baumkapazin Aber Achter Oh Was machst du Alter Zwei 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 Warte, ey, keine Ahnung, egal, lass die mal. Wirst du mal den Puschen gehen? Die Zone kommt eh, die Zone kommt eh, egal. Der ist von der Lamborghini gefahren. Der Lamborghini? Ja, das glaub ich auch. Ich geh mal kurz gucken, ey. Ja, ich komm mal kurz da rüber, rüber, ne? Keine Angst. Ja, ja. Komm, 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 komm. Geh von der Seite, Seite, Seite. Ey, ihr müsst nicht stressen. Ey, was ist los, Leute? Leute, was ist los? Leute, was ist mit mir los? Ey, war das ein Bug oder war das ein Glitch? Ein Glitch-Dug. Hat es gelegt gerade? Habt ihr es gerade gelegt? Habt ihr es gerade gelegt? War der am Campen? War der am Campen? Oder war der am Leiten oder so? Aber wir haben den geholt. John, Vicky. Von 4 und 3, alles, oder? Kapitel, da hat es ein. Leute, das war wirklich ganz komisch. Ja. Das sag ich mal ganz laut. Leute, wann schaffen wir die 100 Abonnenten? Immer noch 91. Leute, wir müssen... Wir müssen mal Gas geben. Leute, ich schwöre, einer mit dem Mugini fährt einfach da rum. Genießt die Zeit. Und wir gehen pushen und der kommt von hinten gecampt. Oh, die Maschine Pistodi. Oh, ja, nee. Die Schalbedämpfe der Maschine Pistodi. Die Schalbedämpfe der Maschine Pistodi. Oh, 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 oh. Einer ist am Snipe... und am jagen so ist der hallo wo das bleibt aber schon mal richtig gut wo bist du der sniper okay 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 schmetterling schmetterling hör auf so wo bist du jetzt der sniper da ist das einer leute nein leute es wagt nur warum keine ahnung neun kills nicht schlecht so leute das war es jetzt mit dem video und wenn ihr nicht ein minuten könnt ihr kosten es abonnen road 100 abos nicht vergessen das war wirklich die schlechte runde war gut